Ja, Sie sind herzlich eingeladen, an den neuen, neu strukturierten Wahltalkshows teilzunehmen. Die Strukturierung ist, dass ein bis mehrere fragende Personen, zum Beispiel also Parteimitglieder, WählerInnen sozusagen oder sonstige fragende Personen teilnehmen und dann so Fragen stellen, sozusagen wie machen die Experten, Schrägstrich Reformer, mein Leben besser, gesünder, länger, reicher, glücklicher, Fragezeichen und zwar in dem konkreten gesellschaftlichen Bereich oder in dem Themenbereich XYZ und da könnten Sie aktiv teilnehmen, sozusagen und zwar per Telefon oder per Online, ganz simpel. Man klickt da so einen Link an und dann ist man schon mit Kamera und Mikrofon dabei, sozusagen. Ja, bitte anrufen bei uns. Die zweite Möglichkeit der Teilnahme ist, dass Sie sich selbst als Experte oder Reformer verstehen und also sozusagen eigene Reformkonzepte haben. Dann dürfen Sie auch teilnehmen und zwar machen wir das so, dass in jeder Talkshow immer nur zwei Experten beziehungsweise Reformer sind. Also das heißt, eine der fragenden Personen stellt seine Frage, eine Minute lang Statement und dann Frage eine Minute lang und die Antwortenden haben, die Experten, die beiden Experten haben dann jeweils drei Minuten Zeit zur Beantwortung. Eventuell kommt noch eine Nachfrage des bisher fragenden, so nach dem Motto, sind Sie mit der Antwort zufrieden? Wenn nicht, dann dürfen Sie nochmal nachfassen einmal und nachfragen. Und dann kommt die nächste fragende Person an und auch, ich glaube, Zuschauer sollte man nicht dabei haben, weil dann die Bildkacheln zu klein werden und das Ganze vielleicht dann doch nicht sinnvoll ist. Also immer nur fragende Personen oder Experten Reformer Rolle. Wenn Sie da, wenn Sie da sich Lust haben, mal teilzunehmen, bitte hier anrufen, wo ist es? Achso, als erstes mal hier unten rechts an dem rundlichen Ding schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Dann hier finden Sie zum Beispiel unsere Telefonnummer, also Kontakt hier, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, telefonisch bitte melden, wenn Sie an der Talkshow teilnehmen möchten. So, dann gehen wir mal wieder zurück zu unserer Präsentation hier und generell gilt, wir machen ja wie immer News zu WIR 2020, die Basis, Bagti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen. Ja, es gibt jetzt Neues zu WIR 2020, da ist tatsächlich wieder ein Wahlwerbungsvideo aufgetaucht, jetzt wollte ich ja eigentlich nachgucken, aber das hat so ein paar Klicks bekommen, also ich glaube eben ganz wenige, Schluck Wasser. Wo ich mich frage, was darüber die Wähler denken, da wurden aus meiner Sicht nur fünf Minuten lang leere Worte an leere Worte gereiht. Und irgendwie das ideale Verantwortung, es war wohl die Dreigliederung von Rudolf Steiner, wenn ich richtig vermute, Verantwortung, Gerechtigkeit und Freiheit. Ja, Worthülsen, als ob die Wähler nicht genügend mit Worthülsen und leeren Worten angesprochen werden. Ich weiß nicht, wer soll das wählen? Also das, ja, konkret muss es doch heißen. Es muss doch konkret heißen. Wir zwingen die Wirtschaft zu verantwortlichem Handeln, dadurch, dass sie nur noch Verdienstzuschüsse bekommen, also nur noch Marktüberlebenschance bekommen. Wenn sie bewiesenermaßen wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit der Mitarbeiter, Kunden und Anwohner nachweislich gebessert haben. Dafür kriegen sie Verdienstzuschüsse, die dann auch wiederum ausgleichen, was sie zum Beispiel an Abgasreinigungsanlageninvestitionen tätigen mussten, um gesündere Anwohner zum Beispiel zu erzeugen und Mitarbeiter, die ja auch die Abgase einatmen. Das sind konkrete Formulierungen, aber was will ich mit schwammigen, sozusagen mit leeren Worten und leeren Hülsen? Also ich als Wähler könnte nichts damit anfangen, wenn jemand was damit anfangen kann, bitte melden. Also wir verstehen das nicht, wieso man so offensichtlich den Wählern signalisiert, wir können nichts, wir haben nichts, wir haben außer leeren Worten. Und esoterischen Idealen haben wir nichts drauf und ja, das ist die Frage. Ja, am Donnerstag nimmt ja wieder ein Mitglied von Wir2020 EU als fragende Person an der Talkshow teil. Heute Abend wären noch Plätze frei, sowohl auf der Seite fragestellende Person als auch Experte. Da wäre noch ein Platz frei, der ist zumindest jetzt noch nicht vergeben. Ja, und dann sollten wir in den Talkshows auch immer wieder solche Sätze sagen wie Da sind sie manipuliert worden durch parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes, die für die Sparte XYZ vorteilbringende Irrtümer sind oder waren mal. Also wir haben ja ein, unsere Welt ist ja ein Meer von parasitären Meme, also von Aberglauben, von Irrtümern. Also letztendlich sind wir alle durchmanipuliert. Die gesamte Weltbevölkerung ist von vorne bis hinten durchmanipuliert und glaubt alle möglichen parasitären Meme, Killerviren des Geistes, die für irgendwelche Sparten wahrscheinlich, nicht alle, wir wollen nicht ausschließen, dass es auch parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes gibt, die für niemanden jemals ein Vorteil waren oder von Vorteil waren, sondern die einfach so als im Sinne des Naturgesetzes Mutation und Selektion einfach als Mutanten entstanden waren, als geistige Mutationen entstanden waren. Aber die meisten, die weiter verbreitet sind an parasitären Memen, sind wahrscheinlich deswegen weiter verbreitet, weil sie für bestimmte Sparten der Gesellschaft vorteilbringende Irrtümer waren oder noch sind sogar. Das ist die Situation. Und ja, und dann muss man eben auch Leuten, zum Beispiel Experten, die selbst Irrtümer verbreiten oder Irrtümern aufsitzen, die müssen wir auch so ansprechen. Ja, da sind sie manipuliert, wurden durch parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes, die für die Sparte X vorteilbringende Irrtümer waren oder sogar noch sind. Und wir müssen aktiv widersprechen, wenn die Leute ihren Aberglauben, ihre parasitären Meme, ihre Killerviren des Geistes weiter versuchen zu verbreiten, nämlich, dass die Tiere und Menschen irgendwas anderes sind als eine Variante der Steine, nämlich eine bewegungsfähige, sich fortbewegen könnende, Stoffe aufnehmende, Materie aufnehmen könnende und daraus ungefähre Kopien seiner selbst herstellen könnende Materieklumpen. Und das sind Steine eben auch, Materieklumpen. Und Tiere und Menschen sind auch nichts anderes. Alles andere sind Märchen, das sind parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, mit denen man sie durchmanipuliert hat. Der Glaube daran, dass der Mensch einen Geist hätte oder gar eine Seele oder irgendwas. Das sind alles antinaturwissenschaftliche Manipulationen, die man ihnen eingetrichtert hat, weil es für irgendwelche Leute ein vorteilbringender Irrtum war und mit dem sind sie infiziert. Und das müssen wir immer wieder ansprechen. Zum Beispiel ist auch sozusagen der Aberglaube oder das parasitäre Meme, Killervirus des Geistes, ist ja weit verbreitet, weil es für die Händler und die Frühärzte und Frühhändler ein riesiger vorteilbringender Irrtum war, die Sexualität zu unterdrücken. Also sozusagen so, wenn sie im Kopf haben, ja, sexuelle Vielfalt schickt sich nicht oder irgendwie ähnliche parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes im Kopf haben, machen sie sich frei davon, lassen sie sich durch die VIAT-Vorteilbringende Irrtümer-Aussterbens-Lassenstherapie dabei helfen. Ja, das dient alles nur dazu, sie unglücklich zu machen, damit sie kaufsüchtiger und konsumsüchtiger werden, weil sie nämlich einen Glücksmangel erleiden, wenn ihre natürliche Rate an sexueller Aktivität runtergefahren wird durch vorteilbringende Irrtümer, die dann in ihrem Kopf als parasitäre Meme und Killerviren des Geistes wirken. Und da war gestern eine öffentlich-rechtliche Sendung, ich habe sie gar nicht geschaut, weil ich diese Information ja schon lange habe, dass also ständig in der Gesellschaft in Deutschland die Zahl der sexuellen Handlungen abnimmt, immer weiter abnimmt, weil eben ja unser Wirtschaftssystem ist extrem erfolgreich darin, unsere Händler mit ihren vorteilbringenden Irrtümern sind extrem erfolgreich, die Menschen so zu manipulieren und gegeneinander aufzuhetzen, zu Streit und so weiter, dass sie immer weniger zu sexuellen Handlungen kommen. Wir sind auf gutem Wege zum Ziele des Erzeugens des unglücklichen, einsamen, kaufsüchtigen und konsumsüchtigen Singles, für den Shoppen die einzige Glücksquelle ist. Auch jetzt haben wir ja die Situation, dass viele Leute sagen, der Einkauf bei Alnatura, Aldi, Rewe und Co. ist das einzige Highlight des Tages. Da sind wir doch schon sehr nah dem, dass einfach Shopping die einzige Glücksquelle ist, die übrig bleibt, sozusagen. Und man kann das Ganze auch so verstehen. Ja, also immer weniger Sex in Deutschland, und genau das bestätigt den Weltrat und die Next Scientists for Future, dass wir unbedingt positive Anreize setzen müssen, gezielt damit diese vorteilbringenden Irrtümer, parasitären Meme, Killerviren des Geistes, allesamt aussterben so schnell wie möglich. Ja, und dann fällt auf, dass wir bei den manipulierten Leuten, die sich selbst als Experten oder Reformer verstehen, in Wirklichkeit aber durchmanipulierte sind, zum Beispiel Opfer der vorteilbringenden Irrtümer oder parasitären Meme, der Sozialspatler geworden sind, immer begegnen uns Reformer oder Experten und Reformer, die also solche parasitären Meme verbreiten und die voll sind von der Wegleugnung der Leistung der Fähigen. Ja, wir sind ja eine Neidgesellschaft, und das sieht man an solchen Experten und Reformern dann ganz deutlich, dass diese Wegleugnung der Fähigen, Es fehlt noch, dass irgendwann gesagt wird, ja, der Alpha-Wolf in einem Rudel, der ist wertlos, der bezieht ja nur ein leistungsloses Einkommen. Oder beim Löwen liegt das nachher, die sozusagen die Löwenrudel leitenden Männchen sind ja nur Bezieher von leistungslosen und arbeitslosen Einkommen und die müssen wir denen wegnehmen. Ja, da sieht man nicht, dass die Löwenmännchen ja die Garanten dessen sind, dass überhaupt mal Kinder groß werden können. Ja, denn wenn diese Männchen nicht mit ihrer Körperkraft das Rudel und die neugeborenen Kinder beschützen würden, dann kämen andere Löwenmännchen und würden als erstes die Babys töten. Und dann würden die Frauen niemals Kinder groß kriegen, die das Alter erreichen, ab dem sie nicht mehr von neukommenden Männchen getötet werden, sondern allenfalls die Männchen noch vertrieben werden, aber nicht mehr getötet werden. Und also erfüllen die Löwenchefs sind keine leistungslosen Einkommensbezieher oder arbeitslosen Einkommensbezieher, sondern sie sind die Beschützer der Fortpflanzungschancen der Frauen im Rudel. Und die Leitwölfe haben noch viel mehr nützliche Funktionen. Und genau das ist es, dass in unserer Neidgesellschaft viele Experten gar nicht erkennen, dass sie voll sind von parasitären Memen und Killerviren des Geistes, die sie dahin manipuliert haben, zu glauben, dass die Menschen die einzige Ausnahme in der Evolution und in der Natur seien, nämlich dass sie die Fägen ruhig behandeln können wie den letzten Dreck und rauskicken können oder rausekeln können oder eben belasten können nach Belieben und weil die unwichtig seien für die Gesellschaft. Dabei sind die Fägen mit den großen Gehirnen, das sind die, die im Großen und Ganzen die Arbeitsplätze schaffen. Und die zumindest mit den sehr großen Gehirnen und die Klügsten und Fähigsten, auch wenn das manchmal in einem kranken System, ich kann das sein, dass diese Klugheit eher eine Bauernschleue darstellt, also in einem dysfunktionalen System effizient Geld zu machen, auch auf Kosten der Gesellschaft, aber da müssen wir uns selber an die eigene Nase fassen, nämlich dass wir ein System zugelassen haben, das letztendlich genauso ist, dass wenn jemand seine Intelligenz einsetzt dazu, möglichst viel Geld auf Kosten der BürgerInnen, der WählerInnen zu machen, dann müssen mal die WählerInnen für ein neues politisches System sorgen und richtig wählen, damit und zwar nur noch Parteien, die von den nextscientistsforfuture.de beraten und betreut werden und begleitet werden. Ja, und das neue Prinzip, also der neu gestalteten Talkshows ist also immer, eine Frage wird gestellt, zwei Experten-Reforma-Antworten, also eine Frage wird gestellt, eine Minute lang und dann Experte 1, drei Minuten, Experte 2, drei Minuten, das als Prinzip, also mindestens immer ein Experte, mindestens immer eine fragestellende Person, also zwei Personen sind die kleinste Menge als Talkshow. Ja, das ist das neue Prinzip. Ja, ich erinnere noch mal daran, dass unser Vorwahlensystem ursprünglich ja auch hieß, Mini-Volksentscheide, also wir haben dann alle drei Monate große Volksentscheide und wir haben mit diesem Vorwahlensystem regelmäßig, sodass man als Wähler vielleicht alle zehn Jahre mal einmal drankommt, und dass man dann drei Stunden opfern muss und sollte, also das Zwang wird es nicht geben, aber doch unbedingt teilnehmen sollte, drei Stunden, mit all den Hilfen, die von Staatswegen kommen, Staatstaxi und Staatskinderbetreuung und Staatsarbeitsersatzpersonen und so weiter, dass man an diesen Mini-Volksentscheiden teilnimmt und dann haben wir eine zusammen mit der Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme mit ganz wenig Arbeitsaufwand und Arbeitsbelastung für die WählerInnen ein tolles Demokratiesystem. Also wir haben die ganz normalen Wahlen, die ja auch nur einen geringen Arbeitsaufwand bedeuten, einmal schnell hin zum Wahllokal, einmal zurück oder Briefwahl, dann haben wir die Volksentscheide alle drei Monate, höchstens, also darüber kann man diskutieren natürlich und dann vielleicht alle zehn Jahre einmal drei Stunden opfern müssen für die Mini-Volkseinscheide beziehungsweise Vorwahlen oder Mini-Vorwahlen-Volksentscheide, also oder Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, nennen wir sie mal, Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide und dann übrigens ja, also im Wahlprogramm der Neuparteien für Baden-Württemberg war ja auch noch aufgefallen, dass man zwar den richtigen Schritt machen will, dass man allen Therapeuten, allen Heilern die Krankenkassenzulassung geben will, aber man vergisst dabei das, was die Next Scientists for Future natürlich selbstverständlich drin haben, nämlich wie wollen wir sowohl schulmedizinisch als auch alternativmedizinische Scharlatane entlarven? Die können wir doch nur entlarven, sozusagen indem wir durch die Leistungsranglisten erfassen, ob die Wehr von den Schulmedizinern und den alternativen Heilern auch tatsächlich positive Gesundheitsförderungsergebnisse aufweist, also wer wirklich wohlfühlstimmen, Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten wirklich bewiesenermaßen wirklich verbessert und wer das nicht tut, der landet in den Ranglisten ganz hinten und dann wandern die Kunden einfach ab, weil sie sagen, ja hoppla, da bin ich ja doch wohl offensichtlich einem Scharlatan auf dem Leim gegangen, der landet ja regelmäßig in den Ranglisten ganz hinten, also da sollte ich mir doch schleunigst jemanden aus den vorderen Ranglistenpositionen suchen, da bin ich wohl wirklich auf einen Scharlatan reingefallen und diese Möglichkeit bieten die Wahlprogramme nicht, die öffnen also quasi auch potenziell allen möglichen Scharlatanen, den Zugang zu den Krankenkassen oder die Türen und das ist doch kein wählbares Konzept oder sehen Sie das anders, liebe Zuschauerinnen, also bitte, bitte jetzt melden, Talkshow-Teilnahme, also das war es für diese kurze Ausgabe und Sie sehen es in den Talkshows, das werden jetzt auch wieder die Mitschnitte und Überarbeitungen der letzten Talkshow wieder in den nächsten Tagen veröffentlicht. Tschüssi, bis bald! –